Hallo Leute, also der Unendlich Geld Glitch geht einwandfrei, am Sonntagabend 22 Uhr funktioniert dennoch top. Leider haben sie komplett das mit den Panzerplatten gepatcht und die Munitionskisten kann man auch nicht mehr kaufen, also das bringt alles nur noch 5 XP. Und dann dauert die Sache natürlich ewig. Aber ey, keine Sorge, es gibt schon einen neuen XP Glitch. Und ich finde die Ironie daran echt genial. Also ihr macht als erstes den Unendlich Geld Glitch. Ich erkläre den hier jetzt nicht nochmal, ich gehe davon aus, dass jeder weiß wie es geht. Ansonsten packe ich einen Link in die Beschreibung oder mache hier oben eine Infokarte. Wenn ihr jetzt die Million habt, dann sucht ihr euch so eine Mülltonne, davon gibt es mehrere auf der Map und da könnt ihr Sachen deponieren. So, jetzt geht ihr einfach an die Mülltonne ran und dann deponiert ihr da euer Geld drin. Jetzt könnt ihr natürlich so wie ich erstmal tausendmal da drum klicken, weil ich ein Depp denn und das nicht gesehen habe. Oder ihr benutzt dann einfach die Taste und da könnt ihr dann alles auf einmal abladen. So, und jedes Mal, wenn das Ding voll ist, bekommt ihr tausend EP. So, und das macht ihr jetzt einfach so oft, bis ihr kein Geld mehr habt. Die Mülltonne schluckt ganz schön, aber wenn ihr kein Geld mehr habt, könnt ihr ja einfach nochmal den Unendlich Geld Glitch machen und schon habt ihr wieder Kohle und dann könnt ihr einfach weiterfüllen. Also das ist im Moment die beste und schnellste Methode um XP zu farmen. Und dann geht auf jeden Fall noch exfiltrieren, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass ihr die XP bekommt. Also das ist im Moment der schnellste und beste XP-Glitch. Und ich finde es auch unglaublich ironisch, weil es kommt ein Glitch raus, womit man unendlich Geld machen kann. Dann kommt noch ein Glitch raus, damit man sein Geld in die Mülltonne werfen kann und dafür EP bekommt. Also das könnte eigentlich auch ein gewollter, programmierter Auftrag sein, wenn das besser wüsste. Alles klar Leute, wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Abonnenten ein Like da. Haut rein. Peace.